So, liebe Kinder, das ist ein Windrad aus dem Jahr 2022. Oh, was ist das? Na, damit haben die Menschen damals Energie gewonnen, z.B. Strom. Hatten die damals noch keine Sonne 2.0? Nein, das gab es damals noch nicht. Die Sonne war im Weltall ganz weit weg. Heute hat ja jeder eine kleine Sonne zu Hause. Ja, das stimmt. Heute ist das normal. Manchmal verbrenne ich mich sogar an ihr. Ja, Mensch, da musst du aufpassen, dass dir das nicht passiert.